Hallo ihr Leute, was soll man heute? Ich habe wieder ein Packchen gekriegt, auf das habe ich eh schon sehenswürdig gewartet. Und zwar soll da, was schaut da raus? Das dürfte schon der Kickstarter sein. Buchmonster 6SL Sechsgang. Nein, ist doch leider viergang. Ist doch leider viergang. Schauen wir mal, machen wir mal auf. Das hat jetzt ein bissel lang gedauert, ich weiß nicht warum. Das Packchen, weil er jetzt geschnieben hat voll. Jetzt ist ein bissel ein Verzug gekommen, die Burschen. So. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Schau, was das alles rein hat. Weg. 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 Oh, ja, ja, schon. Sehr gut. Komm rein. Weg. Da ist es. Ah, schau. Das hat er bei. Sehr gut. Der ist meistens eben nieder bei. Bei den Motoren. Wieder schon her. Die Seiten. Achtung. Kein Öl im Motor. Aha. Danke für den Hinweis. So. Da ist alles dabei. Er war kupplungsseitig einmal offen. Weil er gesagt hat, dass die Kupplung gesteckt ist. Aber der Motor selber. Der war nie offen. Und er hat die obere da. Boah. Geil. Zieh erst. Er hat die obere Halterung. Cool. Cool, 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 cool. Da habe ich sicher auch schon eine neue Dichtung drauf. Außer gestützen. Den haben wir jetzt schon sehenswürdig gewartet. Schalthebel. Wo hat er den Hinblick? Der war den Herr dabei. Oder nicht? Nein, der war nicht dabei. Für den Buchmonster. Das ist schon vielen Dank. Und was ich mal da. Da war schon das Seitendeckel. Frisch lackiert. Und das Steierdämmler Buchloger aufgemacht. Das sind alles frisch lackierte Sachen. Stoßdämpfer zerlegt. Geputzt. Dann geht was weiter. Ich kann jetzt leider mit anderen Hattet. Weil ich das Handy in der Hattet. Und raus holen. Oder doch. Schau mal, weil ich so schwager bin. Doch, da habe ich verloren lassen. So, ja, so. Ein bisschen verliert aber. Du schiesst es schon. Ja, ja. Das macht gar nichts. Jetzt sind alle Halterungen dran. Das ist das wenigste. Das ist das wenigste. Das ist das wenigste. Ja. Was zum Motor. Buchmonster. Viergang. Die Steepulze sind auch nicht. Nein. Das hat alles schon noch mal offen kommen. Das hat alles schon noch mal offen kommen. Das hat alles schon noch mal offen kommen. Passt, amor. Und Tschüss.